Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Könnte ich nicht. Einmal die Vier-und-ein-Freundschaftsbändchen. Momentchen mal bitte. Stefan, glaubst du, dass es zwischen einem Mann und einer Frau so was wie Freundschaft geben kann? Also ganz ohne Sex? Ist der Fachbegriff dafür nicht Ehe? Stimmt. Also 87% der Deutschen ist bei einer Freundschaft am wichtigsten, dass man sich aufeinander verlassen kann. Nur 25% sind der Meinung, dass man sich häufig sehen muss. Ich könnte ja mal einen Tankwart, der hat seine besten Freunde immer umsonst tanken lassen. Stefan, du machst doch Witze. Echt jetzt? Nein, war nur Spaß. Dacht ich mir's doch. Ein Tankwart hat keine Freunde. Nein, was ist denn? 18 und 20 Euro, sammeln Sie Friendscout-Punkte, haben Sie eine Elf-Freunde-Card oder sind Sie Ihrem Freund- und Helfer-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Tankes Tanke. In der FFH Morning Show. Mit Daniel und Julia.